Willkommen zum FUBA ist Fett Simulator 2023 mit mir, dem Trainer Schnorrer und dem Fetti FUBA! Hallo! Moin! Du verwechselst grad die Charaktere. Du bist der Fetti. Nee, nee, nee. Ich bin Scotty, du Hottie. Verstehst du das? Na Scotty so Hottie? Scotty so Hottie. Die kennt er wieder nicht, ey. Das ist ja schwach, das ist schwach. Ich würde gern hier auch mal rein. Nee, darfst nicht. So, hier kannst du ja suchen. Ja, wir sollen eine Freundin suchen. Zack. Hat eine Freundin? Suchen nach Yolanda. Hier ist noch. Der zeigt mir dann noch das Seuchenherz an, aber ich kann es nicht anknüpfern. Wer kann es nicht anknüpfern? Bei der Lowell Polizei Station. Ja. Bist du Bescheid? Hier sind noch Lowell und selbe Sachen in dem Buchhaus hier. Das ist hier. Oh, ein Zombie hat geschlafen. Hat der Zombie geschlafen? Ja, da war ich neben dem Bettchen, hat er gelegen. So, der Arme. Eingeweckt. War aber bestimmt mal... ...kein Zombie. Krass, krass. Also dafür hast du doch den Titel verdient. Jo. Ja, in der hier Wissenschaft bin ich schon ziemlich hoch. Hast du hier noch was Blaues gesehen? Naja, ich hab schon zwei oder so. Na zwei habe ich schon von drei. Stimmt in dem ersten Raum. Da hinten. Ach, wieder auf der Tarrasse. Kann ich nicht. Frechheit. Ich muss nichts mitnehmen. Schraube. Schraube ist full. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. Noch nicht fertig. Ja, ich konnte das eine hier nicht mitnehmen. Weil ich da... ...full war und hab mich mal ein bisschen entleert. Oh Gott. Warum nennst du mich denn nicht einfach Fuber? Ich finde das mal ein bisschen... Ich nenne dich Rainer. ...den Grottenolmen Rainer bis jetzt. Nee. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir mal Yolanda helfen. Die kämpft da drun. Hey, über hier. Sieht verletzt aus. Sie sind noch übrige Zombies. Ich kann auch nicht mit dir reden, solange die Zombies sind. Und wo muss noch mehr sein hier? Okay. Drei Container hätte ich noch, aber ich glaube, die hab ich letztes Mal gesucht. Hey, es wird eine Situation sein. Komm mal hier für einen kleinen Chat. Komm mal rein, um dich an den anderen vorbeizuschleichen. Wo Tyrion landet, zurück zu... Hast du dich eingeschreut? Ja. 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 Rauschen! Okay, well that's that. It's so good to be here. For me, see, I'm not right here. So, that's the moment, where you... Alter! A little... A little... Has that not helped? That's just a lot. The damage is really on your card? Yeah. So, let's go. So, let's go back. I told you we'd get you home. I'm lucky you were around to help. Here? Yeah. Wow. Richtig krass. Alter, dein Auto sieht hier durch das Licht, ja. Guck dir mal das ganze Blut unten an den Reifen an. Ach, das ist bloß Ketchup. Hier, da hängen noch richtig Teile noch zwischen, ey. Ja, Fruchtfleisch von den Tomaten. Entschuldigung. Krank. Selbst der Motorblock ist hier alt. Blutig. Oh, oh. Was war das? Ein Kuluss. Der kommt auch her. Oh, ja. Ich sehe ihn. Man war ablässig? Jo, ähm. Wir haben die Bedrohung zu Hause, ja. Wir müssen ja hin. Oh, 20 Sekunden. Gibt also eine Abwertung. Dann kannst du ja schon mal an Mission. Na, Hauptmission. Wir müssen hier zurück. Äh, andere Richtung. Hä, jetzt bin ich von der Festkarte hier. Also jetzt rechts, okay. Hä? Nach da. Nach rechts. Ah, dieses Pheromon hält echt lange. Hä? Und was bist du da jetzt infiziert? Infiziert? Aber hättest du das nicht... Und dafür haben die mich halt nicht beachtet. Ja, ja. Aber hättest du das nicht so einstreichen können, dass alle das abbekommen? Na wie? Ich habe das ja bekommen. Und musste es verwenden. Und das wurde nur für mich verwendet dann. Ja. Gut, ich habe natürlich jetzt nicht geguckt, ob ich nicht vielleicht auch hätte. Äh, hätten wir jetzt nicht so lange geguckt, hätten wir das geschaffte. Ja. Das waren jetzt vielleicht 10 Sekunden oder so. Ja, hätte hätte. Die fehlt haben. Ich habe nur über das, das schaffen wir eh nicht. Das schaffen wir nicht. Da sind wir zu langsam. Ja, ich muss ja ab jetzt nicht immer mal schleppen, weißt du? Ja. Nein. So. Amy. Naja. Ja. Muss jetzt mit Amy? Mhm. Oh, ich muss bei den Pippeln gucken. Oh, ich muss bei den Pippeln gucken. Talk to me. Talk with the Pippl. Die haben nen kleinen Händchen. Jeden Bachmeister. Hi. Du doch nicht. Warum sprichst du mich dann mal an? Du bist kein Meister. Was sind denn diese orangen Pfeile da? Da waren neue Missionen. Hauptstory Missionen, ja. Achso, jetzt muss er uns bei allen wieder melden? Bis jetzt sind es ja nur zwei. So. Jetzt muss man bloß noch zu den anderen Enklaven. Way too loud. Da fahr ich nicht mit. Warum nicht? Wollte ich nicht. Nö, nö. Der war mir zu unsicher. Wenn du dich weiter vom Host entfernt, wirst du angekettet. Ich werde gekettet. Fangen wir erst zu den Links? Ja. Oh, ich bin jetzt gegen dein Whiteman 11 Schild. Ich auch so. Ja, du musst ja dagegen fahren. Das ist ja schon so ein Meme. Tradition, ja. Achso, das sind die Balles hier wieder. Das ist kein Problem. Hei Leute, Zeit um deinem Nachher eine Hand zu geben. Oder zwei. Toil, jetzt wollte ich gerade stehen bleiben. Damit ich, äh, zu dir hinbepe." Ah, Enklaven steht bevor. Aber es passiert nichts. Ich überhaupt richtig hier, ja. In deiner Nähe, ne? die sind schon auf unserer seite dann werden uns bestimmt die letzten wieder bekämpfen oder auch nicht kann ja mal was neues kommen den brauche ich nicht überfahren nicht überfahren davon waren eben gefühlt 20 stück doch noch ich hätte ihn von hinten ansprechen müssen ja aber der hat mich doch taggt ja du bist auch so langsam ist er so richtig mit dem auto ja auch nicht besser gewesen ich glaube da kann man das sachen kram holen Ich glaube, so lange reicht man schon gar nicht. Wie? Liegt der denn einfach aus? Ja, wahrscheinlich. Hast du den nicht vollgetankt dann? Ja, doch. Der war ja irgendwo dreiviertel als mit dem Bus. Hey, du hast jetzt schon einen dreiviertel Tank oder einen halben Tank verbraucht durch die Strecke? Ja, vorher auch als mit dem Fahrrad. Ich habe jetzt nicht da getankt mit dem. Ach so. Das ist eine Kunst. Was war das für ein geiler Move, Alter. Voll auf dem Kopf gelandet oder so und den Zombie weggeschleudert. Ach so. Ich bin auch einmal kurz auf dem Kopf und direkt und instant umgedreht und weitergefahren. Ach so, das sind die People hier. Der Typ steht hier vorne, ne? Ich dachte, wie ein Zombie soll die überfahren, ja. Ja, ein Zombie ist hier, ja. Ach so, ich brauche erstmal ein Kanister. Okay, sind doch dabei. Ja, ich will tanken und was passiert? Oh, guck mal, da drüben gibt es bestimmt Muni. Was da drüben? Aber waren wir da nicht schon mal? Nö, ist noch Kau. Also nicht schwarz hinterlegt. Oh, aber wir waren ja schon mal. Aber ich habe trotzdem noch drei Container. Ja, das, dann waren wir halt mal so full und so. Bei mir ist das hier schwarz. Also hier ist noch ein Gebiet zu erkunden. Alter, geil. Was ist denn das? Schrauben. Schrauben. Cool. Ich habe hier gar keinen Container zum Looten. Ah, einen Hut. Hat einen Hund. Böreig. Was ein Wast der Zeit. Boring, sagt er. Boring, wasting time. Warum noch ein Container? Boring. Ja, weil Männer sind ja alle schon durchsucht. Wieso blinkt das Ding nicht? So. Jetzt muss man wieder zurück oder wohin? Nee, ganze Norden, ne? Ich mit Puja. Wir haben aber oben noch die Stromer, die einzige Heilung mit Amy. Ist das nicht eine Nebenmission? Ja, aber ich würde erstmal die jetzt abschließen wollen. Die spricht mit nur mir? Ja. Okay. Wenn du sagen, wie machen? Wer fährt man jetzt im Schnauzen? Straße? Wirst du eigentlich, glaube ich, ganz cool. Ist das jetzt wichtig? Äh. Was steht hier für eine Karre? Achso. Was ist das auch so? So ein Renderfahrzeug. Wir sind ja schon voll über der Zeit, du. Warum sagst du denn nö? Achso, weil ich nicht drauf geachte, Mensch. Tut mir leid. Wird's dir ja mal was sagen können. Aber du sagst ja immer nichts. Aber wenn ich langsam mal eine Folgenbrüche machen, wir sind schon über der Zeit. Ich glaube, wir sind gleich da, oder? Warum steht da noch ein paar Meter? 1500 Meter. Ja, weil's so weit noch ist. Was? Ja? Hätte ich mal nachtanken sollen, ne? Haben's der, wenn du stehen bleibst. Ist ja aber dort bei dem Tantchen, ne? Wo du das Infektionskrams da genommen hast. Ja. So die Horden. So müssten die immer kommen. Das wär eigentlich cool, ja. So in den Massen. Das war, also zumindestens, mich hatten sie fast platt. Weil das so viele waren. Kann ich irgendwo durchtrichnen? Ah, das ist doch ne Horde hier. Brauchst du nicht noch welche? Ach, schon überfahren. Aber ich brauch ja... Nee, das leben noch, aber... Ich brauch ja... Ähm... 15 Horden. Und ich hab jetzt drei. Naja, aber wenn du nichts... Wenn du keine weitere mitnimmst, dann kann sich das natürlich nicht erhöhen, ne? Das ist korrekt. Ja, das ist ja okay, das ist ja okay, das ist ja okay. Ich hab ja die Straße in dem Moment noch nicht so schnell gesehen. Richtig. Oh, wie, wie kommen wir denn da hin? Ja. Das war doch jetzt mal hier auch einfach querbeet durch. Ja, schön, ich komm kaum hoch in der Karriere. Hä? Hä? Oh, ich hab den Stein drüber. Hä? Was macht das? Hä? Und wer ist jetzt gegen mich gegen? Oder? Ich hab dich mal umgedreht, ja. So. So. Hier ist jetzt noch Quatschi Quatschi wieder, oder? Weiß ich noch nicht. Ah ja, ist Päuschen, Päuschen, sagst du? Tschüss. 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 Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.